So, meine XRP-Freunde da draußen, herzlich willkommen zu einem neuen XRP-Update-Video. Momentan trailen wir bei 57 US-Dollar und gestern war die Hoffnung groß, dass der Bullrun endlich mal bei XRP startet. Wir haben eine 10%-Candle, oder ich glaube es war sogar ein bisschen höher, schauen wir uns gleich mal ein bisschen genauer an. Wir hatten einen ordentlichen Pump nach oben hin und zwar, ja doch, waren sogar genau 10% nach oben hin und alle sind wieder in Aufruhr gewesen. Was ist der Grund gewesen? Das werden wir uns auf jeden Fall anschauen. Und außerdem, ob das jetzt wirklich ein nachhaltiges Zeichen ist, ob XRP wirklich langsam aber sicher mal unsere Range verlässt, beziehungsweise auch mal unseren Make-up-Breakpoint endlich mal erreicht. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Wir schauen uns das Ganze an, auch wie wir mögliche Trades machen können. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinjoilen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr XRP traden, staken oder auch kaufen wollt generell, kann ich euch nur meine Partnerbäuse BingX empfehlen. Den Link dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung und gleichzeitig unterstützt ihr mich noch damit. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, 57 US-Dollar traden wir momentan. Wir hatten gestern in der Spitze einen Pump auf knapp 59 US-Dollar Cent. War das jetzt wirklich gut oder was war der Grund überhaupt? Grayscale startet ein XRP-Trust, nennt Potenzial zur Umgestaltung der traditionellen Finanzsysteme. Also, man kann jetzt dann auch XRP bei Grayscale kaufen. Genauso hat es damals bei Bitcoin angefangen und anderen Altcoins etc. pp. Was man davon halten will, sei jetzt einfach mal dahingestellt. Auf jeden Fall gibt es ein neues Finanzprodukt, mit dem Grayscale Geld verdienen will. Und das hat natürlich auch die ganzen XRP-Kollegen bzw. auch den Chart ein bisschen aufgewühlt und für etwas positive Stimmung gesorgt. Man muss aber auch dazu sagen, diese ganzen News sind momentan meiner Meinung nach, zumindest ich habe es vorhin schon mal geschrieben, meiner Meinung nach ist es momentan immer so ein bisschen ein Grund, du brauchst irgendeine News, um XRP zu pumpen. Und was belege ich das jetzt? Einerseits ganz einfach mit dem Volumen der letzten Wochen und Monate. Guckt euch das mal, wir können das gerne mal vor allem jetzt auf Daily-Sicht mal angucken. Der Pump von gestern hatte die Hochs noch nicht mehr erreicht, wo wir da am 19. August waren oder vergleichbar mit den letzten Monaten mit dem Volumen. Also das heißt, dieser Pump gestern war nur mal ein kurzer Wig. Ihr habt es auf dem 4-Stunden-Timeframe gesehen, da sehen wir es auch so, ein ganz kurzer Pimmel, sage ich jetzt einfach mal, Pimmel, doch nach oben volumenmäßig. Hat aber nicht mal hier eine Trendwende geschafft. Ist nicht wirklich gut. Und vor allem, und jetzt gehen wir zurück nochmal auf den Daily-Timeframe, wir hatten gestern nicht mal ein höheres Hoch hier auf Daily-Sicht erreicht. Wir kämpfen hier momentan nach jetzigem Standort, nach dem heutigen Tag, mit diesen Hochs, die wir hier am 1., 2., 3. September erreicht haben. Aber wir hatten gestern kein höheres Hoch erreicht. Und dieser Wig, da muss ich jetzt wieder auf einen kleineren Timeframe switchen, ist nicht wirklich bullisch. Wir haben jetzt eine Menge Liquidität hier oben. Hier oben werden sich einige Shorts angesammelt haben, auch weil wir hier drüben sehr, sehr viel Konsolidierung hatten. Deswegen ist es gut möglich, dass wir hier nochmal in den Bereich der 59 US-Dollar-Cent hochjumpen und dann die Shorts holen und dann den nächsten Abverkauf sehen. Das Problem ist momentan, und das sagen uns die kleinen Timeframes und die großen Timeframes bei XRP, dass wir kein Volumen im Markt haben. Und das macht mir ehrlich gesagt auch ein bisschen Sorgen. XRP ist momentan, und so ehrlich muss man auch in den letzten Wochen sein, ist wie tot. Das Volumen ist komplett im Arsch. Natürlich hält sich XRP für den gesamten Markt, da muss man jetzt aber auch mal wirklich fair sein, hält sich für den gesamten Markt, dafür, dass wir Bitcoin-Abverkäufe gesehen haben und sonst wo, sehr, sehr positiv. Okay, das habe ich online zu SAP für Gesamtmarkt, dann muss man doch auch mal wirklich fair sein, hält die... Ja, okay. Da, wie gesagt, das... Sorry, jetzt bin ich raus. Das lasse ich jetzt aber drin, ist mir egal. Da muss man, wie gesagt, ein bisschen fair sein, dass sich XRP hier wirklich gut gehalten hat. Für die anderen Male, ehrlich gesagt. Also für andere Altcoins. Deswegen nicht nur Shaming, man muss auch mal ein bisschen die positiven Dinge sehen, trotzdem sind die negativen Dinge momentan ein bisschen höher. Wir haben nicht unseren Make-or-Break-Point hier oben nach oben hin durchbrechen können, was leider schade ist, trotzdem muss man sagen, wir sind immer noch in unserem Abwärtskanal, den wir hier seit, jetzt nochmal gucken, 9. April 2021 gebildet haben. Also seit drei Jahren befinden wir, knapp dreieinhalb Jahre befinden wir uns jetzt hier in diesem Abwärtsstrudel. Früher oder später wird hier dieses Wedge ausbrechen. Da sind wir uns alle einig, das kann sich nur noch um Jahre handeln, ganz ehrlich. Oder im Bullrun dann spätestens. Es wird irgendwann Bewegung kommen. Nur es ist halt hart für Investoren etc. pp. hier XRP zu halten bzw. weiterhin einzukaufen. Nur weil wir jetzt hier einen neuen Grayscale Trust haben, heißt das nicht, dass XRP jetzt komplett to the moon gehen muss. Man muss hier wirklich aufpassen. Und ich habe es in den letzten Videos auch schon immer wieder gesagt, diese WIX, die wir hier bei 43, bei 38 und womöglich sogar noch hier unten bei 30 US-Dollar-Cent haben, die könnten alle noch geholt werden. Das sind meine Einstiegspunkte, die ich euch auch mitteilen werde bzw. euch jetzt mitgeteilt habe. Und dabei bleibe ich auch. Da wird sich nichts daran ändern, egal wie viel Positives wir hier jetzt momentan im Chart haben. Dass wir hier höhere Tiefs reinbilden, dafür aber auch tiefere Hochs. Also man muss hier das von beiden Seiten momentan sehen. Da wird sich wahrscheinlich früher oder später jetzt langsam mal was tun, weil wir auch hier langsam ins Ende kommen. Aber wir haben kein Volumen im Markt. Und solange wir kein Volumen im Markt haben, kann sich XRP einen Scheißdreck hier machen. Beziehungsweise das weiterhin einfach seitwärts nachlaufen. Das ist momentan so ein bisschen das Problem. Ich weiß, das ist öde, das ganze Thema. Aber trotzdem ist es wichtig anzusprechen. Und ich würde hier momentan auch ehrlich gesagt nichts machen. Also ich werde hier auch keine Trade-Empfehlungen oder Sonstiges geben, wie ich es bei anderen Altcoins oder auch bei Bitcoin machen werde, weil mir der Chart momentan einfach zu tot ist. Das Volumen auf den kleineren Teilen, gibt euch das mal, ist in den letzten Tagen sogar noch tiefer gefallen. Jetzt mal abgesehen von diesem Week, den wir jetzt gestern hatten aufgrund der News, ist das Volumen nochmal deutlich, deutlich zurückgegangen. Also die Abwärtsspirale ist hier deutlich im Gange. Natürlich, weil wir übergeordnet in einem Abwärtstrend sind. Also auf dem großen, was ich euch gerade gezeigt habe, die letzten dreieinhalb Jahre. Aber auch kurzfristig eben in diesem kleinen Ascending Symmetrical Triangle, was wir hier momentan haben. Es sieht nicht gut aus. Und bevor hier keine klare Richtung ersichtlich ist und ich gehe weiterhin eher davon aus, dass wir hier eher diesen Move machen, nochmal hoch und dann früher oder später eben diese Wigs füllen und dann hier Konsolidierung und dann irgendwann Bullrun sehen, kann ich mir eher vorstellen. Aber auch dann behandelt XRP als Invest, nicht als Lebensentscheidung. Wenn ihr komplett XRP-Fanboys seid und da spreche ich jetzt wirklich von Fanboys, die sagen, es geht auf 100.000 Dollar, dann kauft den Mist, packt es euch auf irgendeine Hardware-Wallet und vergesst es. Denkt nicht mehr darüber nach, weil irgendwann werdet ihr eh reich. Für alle, die aber XRP oder Gewinne mit XRP machen wollen, weil sie das Projekt mögen und trotzdem investieren möchten, wartet auf die geeigneten Zeitpunkte und es sind die mit diesen ganzen Dochten bei 43, 38 und 30 US-Dollar. So wie wir es im Bärenmarkt damals gemacht haben, bei 30 US-Dollar Cent hier unten einzukaufen, besteht jetzt möglicherweise bald noch einmal die Möglichkeit zu, für diese Kurse einzukaufen. Ist mir nur nochmal ganz wichtig gewesen, ansonsten lasst euch nicht von diesen News beeinflussen, das ist perfekt für alle Großinvestoren bei XRP. Es ist Exit Liquidity und nur weil wir jetzt mal 10% gepumpt sind, macht es die letzten Monate und Jahre jetzt nicht wirklich weg. Ganz, ganz wichtig, auch die größeren Timeframes im Blick zu behalten. Ansonsten, ja wie gesagt, gibt es wenig zu besprechen, wir haben einfach kein Volumen im Markt, das ist eigentlich so ein kurzer Update und ich werde jetzt auch die XRP-Video so lange lassen, bis wir mal hier wirklich eine gescheite Struktur haben, bis wir wirklich mal eine Trendwende im Volumen auch sehen, weil das brauchen wir einfach, um die Kurse zu bewegen. Ansonsten ist es einfach nur so ein kleines Pump and Dump, Exit Liquidity, möglicherweise noch irgendwelche Shorts zu killen und weiter geht die Fahrt nach unten, so in der Art. Ja, gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare reinschreiben, würde mich wirklich brennend interessieren, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Start ins Wochenende, lasst es euch gut gehen, wir hören uns zum nächsten Video wieder, aber wahrscheinlich kein XRP-Video, sondern ein Bitcoin-Video und ja, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen, bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto.